Exklusives Höwegriller Event, Barbecue USA 2024, ein moderierter Grillabend. Servus Grillfreunde, heute möchte ich mit euch auf ein exklusives Event bei mir zurückblicken und zwar Barbecue USA und diese Events mache ich eins im halben Jahr mit einem neuen Thema immer. Ja und hier ging es um das Thema USA und wir sind angefangen mit Bacon Onion Wings vom Pit Boss Grill vom Pellet und danach gab es Guacamole Tacos LA von der Grille mit besten Zutaten seht ihr ja in der Hackfleisch etc alles da drauf war mega lecker und dann gab es das in Kombination. Ja und danach erster Hauptgang Chicken Burger den mache ich auch immer auf meinen VHS Kursen mit unseren Zwiebeln mit Sennerab und überbacken mit Käse. Feinste Patties vom Noltenhof, ja so sieht so ein schmackhafter Burger dann aus. Als Beilager gab es ein leckeres Mac & Cheese ja und vorher hatte ich mich natürlich schon um Whips gekümmert, weil Whips gehören ja zum USA Barbecue dazu. Das ganze auf dem Barbecue Smoker vom Pit Boss das erste Mal ausprobiert und das hat wunderbar funktioniert. Habt ihr da reingehangen, ne sonst liegen sie mal quer und guckt euch das an. Ich fand das mega geil. Habt ihr noch schön mit Barbecue Soße nachher gelast. Zum Abschluss gab es dann auch ein Apple Crumble zum Dessert und der Ausklang an der Feuerplatte war einmalig, weil das war eine richtig geile lustige Truppe.